Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Niederkassel. Die Wohnung hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die Wohnfläche der nublierten Wohnung liegt bei ca. 104 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 2.560 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ihr könnt die KC-Lz-K-Lz-K-T. Wenn Du siehst, die KC-Lz-K-Lz-K-T. Das Objekt wird nicht möglich. Die KC-Lz-G-T.